Alle bei Compair Logotech in Slowenien hergestellten Produkte zur Druckluftaufbereitung werden im eigenen Haus entwickelt und konstruiert. Unser Fokus auf Leistung, Qualität, Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Industrie 4.0-Konnektivität hilft unseren Kunden, ihre betrieblichen Anforderungen und Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Compair Logotech ist das Kompetenzzentrum für Druckluftfiltration und Kondensatmanagement. Viele unserer Produkte sind patentiert und bieten einzigartige Eigenschaften, von denen unsere Kunden profitieren. So sind zum Beispiel Druckluft-Inline-Filter mit Druckguss oder Stahlgehäuse in verschiedenen Konfigurationen mit unterschiedlichen Filtrationsgraden und optionalem Zubehör erhältlich. Öl- und Wasserabscheider sind so konstruiert und hergestellt, dass sie einfach zu bedienen und zu warten sind. Sie unterstützen ein verantwortungsvolles Management von Druckluftkondensat, um die örtlichen Vorschriften zu erfüllen und die Umwelt zu schützen. Die von Logotech hergestellten Druckluftaufbereitungslösungen sind darauf ausgelegt, die strengsten Luftqualitätsstandards zu erfüllen. Unsere kalt- und warm-regenerierenden Adsorptionstrockner sind zum Beispiel mit verschiedenen Optionen erhältlich und können auf Bestellung für unterschiedliche Anwendungen und technische Anforderungen angepasst werden. Unsere Kunden erwarten höchste Qualität. Unsere modernen Prozesse liefern höchste Produktqualität und bieten die Flexibilität, auf Änderungen zu reagieren und die Vorlaufzeiten zu verkürzen. Compair Logotech setzt Maßstäbe für erstklassige Effizienz und Leistung.